Hallo und herzlich willkommen zurück zu iSketch mit dem Krian, mit dem Chacomo, mit dem Toni, mit dem Garg, mit der Rena und das letzte, der Blankwolf. Und den Alex, der nicht skippen will. Doch, der skippt jetzt. Wir spielen deutsche Redewendung. Und zwar auf einfach. Mein Wort übrigens eben war drei Käse hoch. Das geht doch, das geht. Das geht sogar recht einfach. Sagen wir wieder, wenn es Wörter gibt oder wie viele es sind. Und Bindestriche. Bindestriche sagen wir auch. Ja, Bindestriche, Doppelpunkt und sämtliche Satzzeichen. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Also okay, das ist nicht wirklich eine Phrase, das ist eher eine Aussage, würde ich mal behaupten. So, so eine Aussage. Oh, ich habe sogar eine Buchstabe rausbekommen, aufgrund meiner Zahne auszuschreiben wollte. Ja, ein Buchstaben habe ich auch. Ein Wort habe ich. Frage ist, wie viele Wörter gibt es? Sieben Wörter? Krass. Au, ich habe zwei Wörter. Okay, das letzte sieht irgendwie komisch aus, ich male das nochmal neu. Okay, ich habe auch das erste Wort. Also ein Wort. Ich habe zwei Wörter. Okay. Ah, ich habe drei Wörter. Echt? Ja. Au, ich habe auch drei. Und ich male nicht, was ein Scheiß. Ich habe auch drei. Bei dem ersten, bei dem ersten ist es egal, was es ist. Es geht nur um, dass du das hast. Äh, ich habe vier Wörter. Ich auch. Wahrscheinlich haben wir alle dieselben, richtig? Sehr wahrscheinlich. Das kann gut sein, ihr braucht immer sieben. Ich habe fünf, kacke. Au, ich habe jetzt fünf. Ernsthaft? Ja. Braucht er nur noch puzzeln. Ne, wir brauchen noch zwei mehr. Au, ich habe fast alle Wörter. Wahrscheinlich fehlt mir noch eins. Ich habe drei. Schön. Eins. Wie macht man das? Oh, mir fehlt nur noch ein Wort. Höchstwahrscheinlich. Also, das dritte und vierte Wort sind ähnliche Wörter. Sagen wir mal so. Sure. Was die Nummer sieben ist, das dürftet ihr alle wissen, oder? Ja. Okay. Nicht wirklich. Ich muss dir vorstellen, da ist noch ein Körper drüber. Das soll ein Afroamerikaner sein. Und ich habe noch immer so volle Lippen. Genau, Lippen, nennen wir es so. Stell dir einfach Nicki Minaj vor. Ja, nee, ist klar. So. Dachte ich auch schon, Flankwurz. Achso. Also, ich habe, ich weiß gar nicht, wie viel habe ich denn? Ach, fuck, ich wollte euch eigentlich einen Hint geben. Was war's denn? Das kannst du dir in den Arsch stecken. Ich hatte das in den Arsch stecken. Mir hat nur ein Wort gefehlt. Ja, dann wäre es aber einfach gewesen. Ja. Vor allem, wie kriegst du ja angezeigt, in welcher Reihenfolge die Wörter kommen. Nee. Natürlich. Ja? Ja, Lohann. Okay, 5P. Personen? Hallo? Keine Wörter schreiben. Hey, keine Wörter schreiben. Oder Buchstaben. Alex, keine Wörter. Keine Wörter. Keine Abkürzungen. Außerdem gibt's im Grammatischen keine 5K-Person, oder? Du Chloralextra zählst. Ich habe zwei Wörter. Bei Redewendungen. Oder sowas ähnlichen. Setze. Chaco ist schon nah dran. Oh, Rena? Das darfst du nicht sagen. Muss ich. Das sind vier Wörter. Ja, die sehen doch, dass sie nah dran sind. Na, Blankwolf hat's sehr gut, Blankwolf. Ja. Ah, Rena. Es war aber auch unsichtig, so nach einer Weile. Keine Ahnung, ich versuch's gar nicht erst. Warum nicht? Weil ich nicht mal weiß, was dieses 5Pers sein soll. Ich habe Gruppe geschrieben, Familie geschrieben. Das 5Pers hat eigentlich nichts damit zu tun. Ist aber halt da. Also verarbeite ich das. Ich habe vier Wörter. Ich komme nie drauf. Das sind auch nur vier Wörter. Das sind nur vier Wörter. Ja, drei. Drei. Das war auch ein Stapel. Das war nur ein Denkfehler mit der 5. Achso. Achso meinst du das? Komm nie drauf. Was weiß ich, irgendwas mit S. Ja, R kreieren, genau. Ja, irgendwas mit S und Hut. Mir fehlt ein Wort. Was macht denn der Hut? Halt die Klappe, Alex. Ah. Komm nie drauf. Oh, ich habe da noch falsch geschrieben. Es brennt der Hut. Ich habe geschrieben, dir brennt der Hut. Also scheiße, aber nicht das. Der Hut brennt, habe ich geschrieben. Übrigens, die fünfte Person ist halt dann wirklich ihr. Ja. Echt? Ja, natürlich. Du bist ja erste Person Singular und dann kannst du im Prinzip sagen, fünfte Person. Geht ja bis sechs. Man sagt natürlich plural. Grammatik 5, also von daher. Ja, fünfte Person, sag ich doch. Nee, Grammatik 5. Aber es ist nicht die fünfte Ich, Du, Er, Sie, Es. Nein, das ist dritte Person Singular. Er, Sie, Es ist alles dritte Person Singular. Englisch oder Deutsch? Deutsch. Sollte man im Notfall dann halt auch malen. Eine Sekunde. Ja, deswegen hatte ich dann ja noch verbessert auf dritte. Ja, nachdem ich gesagt habe, die fünfte Person bringt nichts. Da, wo schon Countdown war. So, dieses Ding wächst an so einem Ding dran. Ja, was ist denn das erste? Was ist das zweite? Keine Ahnung, das erste ist eine Frätze. So, warte mal. Man kann es natürlich auch so darstellen. Äh, zwei Personen. Aber das ist halt nicht mal ein Sprichwort. Das finde ich halt so ein bisschen. Das ist einfach nur ein Wort. Ja, deswegen. Ich finde das auch nicht gut. Das haben wir letztens schon gesagt, dass das kacke ist. Ja, ich finde die alle hier nicht so gut, die ganzen Wörter-Sammlungen. Als German Frades kamen Eier-Popeya. Geil. China Grace. Wieso schreibst du da Kokosnusskopf? Wieso nicht? Weil dein Kopf ist so eine Kokosnusskopf. Du steht eins und zwei. Entschuldigung. Falsch rum. Also das kleine Bild, was ist bitte schön Kokosnuss saugen? Das ist ein sehr interessanter Euphemismus. Hä? So sind wir mit zwei S gespielt. Was machen die denn da oben rechts, Krioten? Also sie schlutschen. Äh, das ist eher eine gewalttätige Art. Also Kokosnuss saugen. Das erste ist ein Kopf, das zweite ist eine Nuss. Eine Kopfnuss. Deswegen magst du nur Kokosnuss. Hab ich mich auch gemacht. Aber es ist die beste Nuss, die er malen kann. Es ist nicht mal eine Nuss. Er hat sich selbst gemalt. Aber es heißt Kokosnuss. Ja, es heißt so. Ich kam halt direkt auf Kokosnusskopf wegen Netz-Ultimativer Schulwahnsinn. Wo wir nochmal löschen? Der Radiergummi oben links in der Leiste? Vielleicht? Ich muss im Hintergrund Musik anmachen. Das ist so langweilig. Gar nicht. Ich darf aber eben hinschreiben, wie viele Wörter. Na ja. Ich hab was. 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 Mehr gibt's noch nicht. Ja toll, wie soll man das erste machen? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Mann. So, jetzt müsst ihr. Ich weiß nicht, wie ich das malen soll. Ich weiß nicht, wie ich das malen soll. So ähnlich wie besitzen. Danke. Ja! Hey. Nur Draco noch nicht. Nö. Es war sau viel Zeit nachher, wenn es einmal gelöst wurde. Ja. Jetzt ist die nächste Schuld. Jo. Vergiss es. So viele Mühegespläten am Abend gab es ja nicht. Dann skip doch, du Bitch. Unkapituliert. Und was war es? Es gibt vor allen Dingen direkt und nicht erst kurz bevor die Zeit um ist. Ja. Was war es? Gefahr macht den Menschen fromm. Warte. Das ist halt nicht mal eins, was ich kenne. Das ist eine bekannte deutsche Redenseite. Ich kenne es nicht. Also ich kenne den nicht. Ich kenne es auch nicht. Auch nicht. Den kennt man gar keine. Nö. Die sind bis auf einzige... Am Hals haben, kenne ich. Ja, natürlich. Ja, das würde ich aber halt nicht als Redensart... Dass du was am Hals hast, den hier. Krippe oder sowas hier. Ja, aber trotzdem war es so. So nennt man es natürlich nicht. Hm, okay. Das ist jetzt nicht sehr schön gemalt, aber egal. Ich habe letztens noch eure Videos geguckt. Und das hattet ihr schon mal. Hilft euch das als Hinweis? Danke. Ich hatte es vorher schon, bevor du es gesagt hast. What? Ja. Wow, warte. Das hat mir noch geholfen. 3D-Effekt. Nee, ich hoffe es direkt als nächstes geschrieben. Also, das sollte nicht kommen. Wie sie beide dasselbe schreiben. Hinter Gittern. Ja, ach man, ich mal das andere. Ich konnte das letzte Wort nicht richtig schreiben. Mal das erste Wort. Bin ja dabei. Das ist das zweite, aber okay. Ach ja, gut. Jetzt müssen wir dieses Wort halt noch schreiben können. Richtig. Du konntest nicht mal Fenster schreiben. Verdammt, wie schreibt man das zweite Wort? Mitgefühl. Ein R, Chaco. Wann ist die schwedische Farbe? Und mich mit I und L und I. Ich habe halt blau nicht so schnell gesehen. Jetzt ist es lila, Mann. Diss mich doch nicht so. Boah, nur weil ich ein N zu viel hatte. Was, hast du Gardinen mit Doppel-N geschrieben? Okay. Ich glaube wohl. Okay, vier Wörter. Okay. Was? Ein Wort habe ich schon mal. So, das hier ist... ist, ähm... Nicht gerade einfach. was ich nichts verstehen ich auch nicht alter was ist das denn bitte schön du körperflöte du entschuldige ich jetzt ein bisschen leiser bin aber ich muss hier konzentration soll das zweite darstellen das zweite ist ein bisschen sehr würde jetzt hier bitte an alle unter 18 jährigen das dürfte jetzt solltet ihr tatsächlich hier sehen normalerweise irgendwo anders zu sehen ich hier naja ich denke dass das einigermaßen deutlich ist die frage ist bei der zwei war ja das alles wie nennt man diesen körperteil speziell es geht um den hier aber ihr müsst da hinten dran noch was dahin machen und das in der regel das hier ja wie seid ihr was keine ahnung sehr gut gemacht krieren sehr gut ich habe zwei wörter weiß nicht was 2 ist ab 1 bei der zwei welcher körperteil stellt das denn da ja ich weiß schon aber ich bin wohl 2 ich hab bei zwei wohl klos und der nicht nicht speziell musikalisch nicht so genau ich komme auf gar keins ich hab noch nichts die vierte jawohl wer hat es noch ich danke sehr gut alex oh rena hat vorgesagt nee hat sie nicht per gedankenübertragung aber ich muss sagen die vier ist gut gemacht wenn wir es einfach raus halten ist das gut ja komm nicht auf was die vier ist ach ton im brustton der überzeugung ehrlich ich hab nie gehört der krieren gut gemacht ja ich hab was gut gemacht ja du machst runde 6 das ist korrekt jaco nein das sind vierte achso was anderes ha interessant sehr interessant interessant noch mehr baa alter was weg vergess es gleich mal 2 hint me ta ta tata bam ja gut nachdem es da stand ist ein typisches sprichwort ja ist echt sehr typisch nur das letzte mal ein also das hier ist das zweite wort und das hier ist das fünfte ihr seid mit dem fünften wort seid ihr am zweiten wort schnell tippen ja am ende mit seiner linie sein auch wenn du es nicht so mit grammatik kommst du auf deine rechtschreibung ich kann da nicht ausmachen das kannst du der grundschule zeigen die lachen dich aus aber überhaupt jemand was richtig ergeht hallo ja außer bei deinen zeichnungen rena dacke auf den stein sonst fliegst du raus sei ehrlich hier ist alles kacke aus deins besonders das ist nichts neues aber ich hatte es so wurde erraten ich habe nur ein wort gewonnen das ist die frage rena wenn du das nächste mal bei alex bist gib ihm zeichen unterricht vielleicht also es sind fünf wörter so was das wissen wir wenn ich so was wie fünf wörter dann denke ich immer an normale sprichwörter und guck wie viele wörter haben die und passt das mit dem bild ja aber dafür musstest du auf dem bild mehr erkennen können als irgendwas ich kann euch nicht alle wörter aufzeichnen das ist okay ich weiß nicht was du überhaupt darstellen willst das ist ja keine ahnung nur weil du es dick machst wird es nicht besser okay ich nix verstehen parkverbot ja es gibt viele sprichwörter mit parkverbot drin hier kannst du nicht parken weil hier ist die halt das ist eine kuh eindeutig so malt alex kühe wie er halt einfach recht hat geil nein das ist wirklich eine kuh was bk auch nicht nein es geht hier nicht um die flecken achso warum hattest du dann einen pfeil auf die flecken das macht dann gar keinen sinn es geht halt um das wo die arena jetzt habe ich schon seit keine ahnung wie lange aber das hilft mir nicht ja nein wird die fälle jups tja was sehr gut ja genau die cheaten ich sag's euch eindeutig die sprechen sich ab ne ja per gedankenübertragung immer noch ja ah ich hab mich vertippt ja danke danke bedenke ich auch mit eingeweiht in unsere gedanken aha die chatten heimlich ich hab mich bloß vertippt die chatten heimlich das ist skype cheating the fuck wir haben nebenbei noch skype an und benutzen alle push to talk ja ihr solltet uns reporten hab ich schon längst gib du hättest ja mal den hint geben können ich mach mal auf das dreieck drücken ja aber das kannte ich nicht zumindest los blankwolf los blankwolf ja ich muss kurz überlegen los blankwolf ja halt die klappe schnell tony ich bin froh dass du auch hier bist da bin ich nicht die letzte linkwolf läuer ec Krankenhaus ja ich bin froh ich die auch ich bin froh ich bin froh ich bin跑 am lumpen zum reichtum das ist eine wunderschöne brückenlandschaft malen können und da unten einen bettler unten drunter um oben dann einen reichen könig zu platzieren cashmoney habe ich auch gedacht ich hatte das hier mit zu zeichnen kannst du nicht aufpassen doch nicht gesehen man eigentlich bei dem symbol müsste man doch schon fast wissen ja natürlich sind halt vier vier wörter was das jetzt ein falsch gemaltes hakenkreuz einfach mal mal ist einfach mal fünf dritte der zeit an der zahl rum was soll das darstellen ja ich weiß nicht wie das sein soll sonst kippe ich wenn ihr es lieber wollt einer war schon ziemlich nah dran nein 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 so knapp aber das ausgerechnet ihr beide zusammen das findet ne oh wie wird es skype cheating eindeutig ne ja warum weißt du es denn nicht blank ey so einen besseren hinweis kann gar euch doch gar nicht geben rena und ich kamen da drauf ja was hat er denn gesagt was sind denn das für zwei dinger da und was für eine beziehung haben rena und ich mir fällt das letzte wort nicht an das gegenteil von aufmachen ich hab das erste wuhu jaco sehr gut schon die ganze zeit aber weißt du was mehr malen außer das ich weiß nicht was deswegen frag dich ob ich skippen soll ja nein der gerade auf dem staub steht ne blank wolf und jaco ja ich bin vor jaco achso ja ok das war dann doch zu einfach ist jetzt auch geklärt warum ich dann sagte noch einen besseren tipp als rena ich bin letzter toni raus mit dir du musst hinter mir bleiben ähm ich darf den ja jetzt nicht kicken der zahlt ja der zeichnet ja der zahlt ja super wir lassen jetzt einfach jaco gewinnen oder wir kicken einfach jaco dann ist tonster trotzdem der letzte stimmt finde ich gut jaco du brauchst nicht krähen hat er schon ich habe keine ahnung wie ich das meinen soll ähm was soll das darstellen wie er sich wie fühlt er sich denn so voll schack jaco sehr gut so vielleicht hilft das ja eventuell auch gut schmutzwäsche ja und weiter ja ja keine ahnung was hat er uns mit scheinen will mal das mal selbst das erste scheinst du ja nicht malen zu können oder hat das irgendwer ist ich meine der alex hat also rena und alex ja mhm ja mhm 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 j Tasin nicht raus sondern rein mhm 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 und je diese spiel du JAAA, da kommen sie gleich alle! Äh... Äh, wie mach ich das dritte? Äh... Mir fällt halt das... das zweite nicht ein. Ja, was macht denn der? Wissen nicht, wie ich das dritte meinen soll. Äh... JAAA. Ich brauch das letzte Wort. JAAA. Dabei. Ich brauch das erste Wort noch. Nee, wenn du das zweite hast und du es da umsiehst, dann ist es dir klar. Äh... JAAA, mal, mal, das letzte Wort! Krian, ich hasse dich! Aaaaaaah... Nachdem ich das zweite Wort endlich hatte, war das dritte klar. Ja, nein. Nachdem ich das zweite wusste, wusste ich das erste, dann musstest du bloß aufs letzte warten. Nachdem ich die letzten meinten wusste, dann wusste ich auch das erste. Ich weiß das erste immer noch nicht. Macht nichts. Ja, mal, das mal, ne? Ja, mal, das mal, ne? Ähm, ich weiß das. Einfach... Hey! Ich hätte es halt einfach auseinandergenommen, in mehrere Teile gemacht. Ja. Zum Beispiel... Jako, kannst du dich schreien? Eine geschlossene Tür. Frieden hättest du das Biestzeichen machen können. Ach, alles. Ich muss nur einmal malen, das ist so nervig. Friedenheit ist alles. Mal das mal. Ganz böse. So, Gina, jetzt zeig ich uns mal, wie man zeichnet. Mal mal alles? Ja, brauchst halt nur ein bisschen Zeit für. Ja. Zu langsam, Toni. Oh, okay. Jetzt noch ein bisschen Klischee. Aber ich weiß nicht, wie ich es sonst malen soll. Ja, sehr gut, Krian, sehr gut, Krian. Weil das zweite Wort bestanden ist, ist es easy. Wenn du das zweite Wort hast, ist es einfach. Ich finde das Wort gut. Okay, ich hätte mich geschwann, wie du das erste Wort mal... Also auf jeden Fall hat Renner schon mal gewonnen. Ich sollte mich ja gut mit dir rumspielen, ich sollte das beobachten. Äh, gar ganz, schreib mal mit S. Ich weiß, ich hab's gerade gesehen. Was soll das erste sein? Ja, ich weiß nicht, wie ich es sonst malen soll. Ich bin das erste Kronen. Wenn du das zweite Wort hast, ist es doch im Prinzip ganz einfach, was das erste sein muss. Nein. Sagt der Krian, der sonst immer auf dem Schlauch steht. Ja, ich komm nicht als erster. Natürlich ist das voll einfach. Ja, das bist du selber. Es ist so logisch. Ja. Es ist einfach Blankwolf. Ja, das ist einfach ich. Ich komm nicht drauf. Ich komm auch nicht drauf. Ja. Ihr seid halt einfach ne dumme Gans. Oh. Hättest du nicht bitte Toni malen können? Seid beim nächsten Mal dabei. Wenn es weiter geht, dann geht es um Nice Catch. Bis dann. Tschau, tschau. Tschau, Schau. Tschau. Tschau.